iPhone-Tipps für Reisen und Urlaub. Dein ultimativer Guide. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Dein ultimativer Guide für iPhone-Tipps auf Reisen und im Urlaub. Das iPhone ist längst mehr als nur ein Kommunikationsgerät. Es ist Kamera, Reisebegleiter, Übersetzer und Navigationssystem in einem und damit ein unverzichtbares Tool für unvergessliche Reisen und stressfreie Urlaube. Wenn du dein iPhone auf Reisen mit all seinen Möglichkeiten optimal nutzen möchtest, gibt es einige nützliche Tipps und Tricks, die dir dabei helfen können, das Beste aus deinem Gerät herauszuholen. Dieser umfassende Guide bietet dir eine Vielzahl von Ideen und Empfehlungen, damit dein iPhone zum perfekten Reiseassistenten wird. Vorbereitung. Wichtige Einstellungen vor der Reise. Bevor du in den Urlaub startest, lohnt es sich, einige wichtige Einstellungen auf deinem iPhone zu überprüfen und anzupassen. So kannst du sicherstellen, dass du während deiner Reise keine unangenehmen Überraschungen erlebst. Roaming und mobile Daten. Falls du außerhalb deines Heimatlandes unterwegs bist, ist es ratsam, die Einstellungen für mobiles Datenroaming zu überprüfen. Das verhindert böse Überraschungen bei der nächsten Handyrechnung. In den meisten iPhones kannst du das Roaming einfach deaktivieren und nur bei Bedarf einschalten, was dir viel Geld spart. Offline-Karten und Navigation. Oft ist unterwegs kein stabiles oder günstiges Internet verfügbar. Lade dir daher die benötigten Karten für deine Reise offline herunter. Damit bist du unabhängig vom mobilen Netz und kannst auch in entlegenen Gegenden problemlos navigieren. Sprachunterstützung und Übersetzungen. Falls du ein Ziel in einem Land besuchst, dessen Sprache du nicht sprichst, kannst du die Spracheinstellungen deines iPhones anpassen und eine Offline-Übersetzungsfunktion aktivieren. Das spart Datenvolumen und erleichtert die Verständigung vor Ort enorm. Lokale Notrufnummern. Für deine Sicherheit lohnt es sich, die Notrufnummern des Reiselandes abzuspeichern. So hast du im Ernstfall schnell alle wichtigen Nummern griffbereit. Tipps zur Akkulaufzeit. So bleibt dein iPhone länger einsatzbereit. Ein leerer Akku während eines Ausflugs oder einer Stadterkundung kann sehr ärgerlich sein. Um die Akkulaufzeit deines iPhones zu maximieren, gibt es einige einfache, aber effektive Tricks. Energiesparmodus aktivieren. Der Energiesparmodus reduziert den Stromverbrauch deines iPhones erheblich, indem er Funktionen wie automatische Downloads und Bildschirmhelligkeit einschränkt. Diese Funktion ist ideal für längere Tagesausflüge. Bildschirmhelligkeit anpassen. Besonders draußen in der Sonne kann der Bildschirm schnell viel Akku ziehen. Versuche die Helligkeit auf das Nötigste zu reduzieren und den automatischen Helligkeitsmodus zu nutzen. Apps im Hintergrund schließen. Viele Apps verbrauchen auch dann Strom, wenn sie im Hintergrund laufen. Schließe daher Apps, die du aktuell nicht nutzt und aktiviere den Flugmodus, wenn du keine mobile Verbindung benötigst. Externe Akkupacks. Für längere Reisen oder Ausflüge abseits von Ladestationen ist ein externes Akkupack ideal. Das iPhone kann unterwegs geladen werden, ohne dass du auf eine Steckdose angewiesen bist. Kameratipps. Perfekte Fotos und Videos unterwegs aufnehmen. Das iPhone ist bekannt für seine beeindruckende Kameraqualität. Mit einigen Profitipps kannst du die Kamera deines iPhones optimal nutzen, um die schönsten Momente festzuhalten. Nutze die HDR-Funktion. Die HDR, High Dynamic Range Funktion, sorgt dafür, dass deine Fotos in besonders kontrastreichen Situationen, etwa bei Sonnenauf- oder Untergängen, lebendiger und klarer wirken. Aktivieren oder deaktivieren kannst du HDR je nach Lichtsituation, um das beste Ergebnis zu erzielen. Gitterlinien einschalten. Gitterlinien helfen dir, den Bildausschnitt präzise zu gestalten und den goldenen Schnitt anzuwenden. So entstehen professionell wirkende Bilder, die optisch ansprechend und gut ausbalanciert sind. Portrait-Modus nutzen. Falls du schöne Portraits von Reisepartnern oder neuen Freunden aufnehmen möchtest, ist der Portrait-Modus ideal. Er sorgt für einen ästhetischen Tiefenschärfe-Effekt und hebt die fotografierte Person gekonnt vom Hintergrund ab. Serienaufnahme für den richtigen Moment. Um bewegte Momente wie einen Sprung ins Wasser oder vorbeiziehende Tiere perfekt einzufangen, kannst du die Serienaufnahme verwenden. So hast du eine Vielzahl an Bildern und kannst später das Beste auswählen. Bearbeitungstools für Fotos und Videos. iPhones bieten viele integrierte Bearbeitungsmöglichkeiten, mit denen du Helligkeit, Kontrast und Farben anpassen kannst. Nutze diese Tools, um deine Fotos direkt vor Ort zu perfektionieren und mit anderen zu teilen. Sicherheitstipps für ein sorgenfreies Reisen mit deinem iPhone. Auf Reisen ist es besonders wichtig, dein iPhone vor Verlust, Diebstahl oder Schäden zu schützen. Ein paar einfache Sicherheitsvorkehrungen helfen dir dabei, sorgenfrei unterwegs zu sein. iPhone Orten und Sperren. Die Funktion Mein iPhone suchen ermöglicht es dir, dein Gerät im Fall eines Verlusts zu orten und zu sperren. Stelle sicher, dass diese Funktion aktiviert ist, bevor du auf Reisen gehst. Regelmäßige Backups. Es lohnt sich, regelmäßig Backups von Fotos, Videos und anderen wichtigen Dateien zu erstellen. So bleibt nichts verloren, selbst wenn dein iPhone beschädigt oder gestohlen wird. Schutzhülle und Displayschutz. Eine stabile Schutzhülle und ein hochwertiger Displayschutz können das iPhone vor Stürzen und Stößen bewahren. Vor allem bei Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Strandbesuchen ist dies eine wertvolle Investition. VPN für sicheres Surfen. In öffentlichen WLANs, die oft an Flughäfen, in Cafés oder Hotels verfügbar sind, können deine Daten potenziell abgefangen werden. Ein VPN schützt deine Daten und sorgt dafür, dass du sicher im Internet unterwegs bist. Organisation und Reiseplanung leicht gemacht. Dein iPhone als virtueller Reisebegleiter. Dein iPhone kann dir in vielerlei Hinsicht helfen, deine Reise zu planen und alle wichtigen Informationen stets griffbereit zu haben. Nutze die verschiedenen Funktionen und Möglichkeiten, um deinen Urlaub optimal zu gestalten. Wichtige Dokumente digital speichern. Lade dir Kopien von Reisepass, Visum und Reisebuchungen auf dein iPhone herunter. So hast du immer eine Sicherheitskopie dabei, falls die Originale verloren gehen. Erinnerungen und Listen erstellen. Mit der Erinnerungen-App kannst du Packing-Listen, To-Do-Listen oder eine Liste der Sehenswürdigkeiten, die du besuchen möchtest, erstellen. Diese Funktion ist ideal, um den Überblick zu behalten und nichts Wichtiges zu vergessen. Termine und Routen im Kalender speichern. Plane deine Reiseroute im Kalender und füge wichtige Termine wie Flugzeiten, Check-In-Zeiten und Abfahrten hinzu. So bist du immer perfekt organisiert und verpasst keine wichtigen Zeiten. Offline-Leseinhalte für die Reisezeit. Lade dir interessante Artikel, Reiseblogs oder E-Books herunter, die du unterwegs ohne Internet lesen kannst. Gerade bei langen Flug- oder Zugreisen ist das eine entspannende Beschäftigung. Nützliche Funktionen und Tricks für die digitale Kommunikation im Ausland. In vielen Situationen auf Reisen ist eine gute Kommunikation unerlässlich, besonders in fremden Ländern oder bei Sprachbarrieren. Das iPhone bietet dir verschiedene Optionen, um in Kontakt zu bleiben und dich zu verständigen. Offline-Übersetzungen für schnelle Kommunikation. Lade Sprachpakete herunter, damit du Wörter und Phrasen auch offline übersetzen kannst. Diese Funktion ist besonders hilfreich, um kleine Alltagsfragen in der Landessprache zu meistern. Videoanrufe für die Verbindung mit Zuhause. Videoanrufe über eine stabile WLAN-Verbindung sind eine tolle Möglichkeit, mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Die Bildqualität ist meist gut und vermittelt ein Gefühl von Nähe. Sprachmemos und Notizen. Wenn du dir etwas schnell merken möchtest oder Eindrücke festhalten willst, ist die Sprachmemo-App ideal. Du kannst auch kleine Notizen machen und so ein digitales Reisetagebuch führen. Entertainment unterwegs. Dein iPhone als mobiler Entertainer. Während langer Wartezeiten oder Reisen kann dein iPhone für Unterhaltung sorgen. Mit den richtigen Einstellungen und Inhalten hast du eine Vielzahl an Optionen für beste Unterhaltung. Musik- und Videodownloads. Lade dir deine Lieblingsmusik, Filme oder Serien herunter, um sie offline zu genießen. So kannst du auch ohne Internet unterwegs deine Lieblingsinhalte ansehen und hören. Spiele für den Zeitvertreib. Es gibt zahlreiche Spiele, die sich offline spielen lassen und perfekt für lange Fahrten oder Wartezeiten geeignet sind. Lade dir einige davon vorab herunter, um für jede Situation gerüstet zu sein. Lese-App für E-Books und Hörbücher. E-Books und Hörbücher sind leicht und nehmen keinen Platz weg. Lade dir vor der Reise einige Bücher oder Hörbücher herunter, die du während deiner Reisezeit genießen kannst. Mehr im Buch, kreativ fotografieren und filmen mit dem Smartphone für Fotos und Videos, Smartphone-Fotografie, Profi-Tipps mit dem Handy für Freizeit, Hobby und Business auf Amazon und auf www.marcusflicker.com. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib inspiriert. Mach's gut und bleib inspiriert. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Vielen Dank.